Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Nächstes Video und ein Thema, was für mich schon eine Herzensangelegenheit ist, weil ich seit super vielen Jahren einfach in meiner Freizeit und viel über die Freizeit hinaus für mein Leben gerne zock. Und ihr genauso, deswegen guckt ihr YouTube-Videos, deswegen guckt ihr Twitch-Streams, YouTube-Streams, ihr guckt euren Lieblings-Youtubern zu, wie sie zocken, wie sie dallen und alles. Und ein Problem, was früher schon ein Problem ist und was einfach jedes Jahr schlimmer wird und nicht nur bei Call of Duty, auch bei Escape from Tarkov oder Battlefield oder Counter-Strike oder Valorant oder Rainbow Six, Siege oder nehmt euch jedes Game, was es irgendwie online gibt, cheaten. Die Leute cheaten sich den Arsch ab und es wird immer schlimmer. Streamer werden dabei erwischt, Content-Creator werden dabei erwischt. In Ranked Play ist es eine absolute Pest mittlerweile. Normale Hansis sind am Cheaten. Es ist absolut, absolut, meiner Meinung nach, aus dem Ruder gelaufen. Und heute soll ein bisschen das Thema sein, ich möchte verstehen, warum. Ich möchte verstehen, warum Leute sich in ihrer Freizeit, es ist ja, wir zocken ja freiwillig, niemand zwingt uns dazu. Warum setzt man sich in der Freizeit an seinen Rechner, lädt ein Cheat-Programm herunter, was einem zeigt, wo Gegner sind durch die Wände, was für einen aimt. Also ihr tut im Prinzip ja nichts selber. Ihr sitzt einfach nur da und seid einfach nur der Bediener des Computers, indem ihr ihn anmacht und dann startet ihr das Game. Alles andere machen die Software für einen und da, ich frage mich das seit Wochen und irgendwie, niemand kann mir eine richtige Antwort darauf geben. Warum cheaten Leute? Und damit wir verstehen, was das auch bedeutet zu cheaten, habe ich mir ein Account gemacht bei Engine Owning. Also damit wir uns auch komplett verstehen, liebe Leute. Ich habe mir hier ein Account gemacht. Ich habe natürlich keine Software runtergeladen oder damit gespielt. Das Anti-Cheat von Call of Duty zum Beispiel ist wahrscheinlich das schlechteste der Welt. Leute, die offensichtlich cheaten, werden nicht gebannt. Leute, die nicht cheaten, kriegen andauernd Shadow Buns. Ich habe vier mittlerweile ohne VPN-Nutzung, ohne irgendwelche Bug-Abuses, nur mit guten Runden, die ich spiele. Da gibt es mittlerweile tausende von, selbst in meiner Community, dutzende, die alle vier Wochen aufs Neue in Shadow Bun kriegen. Dieses ganze System, dieses Anti-Cheat-System von Call of Duty ist Dreck. Aber ich kenne mich in dem Moment, wo ich mir so eine Software runterlade, um eine Runde zu testen, wie es funktioniert und das aufzunehmen, weiß ich, dass dieses Dreck-System mich bannt. Das heißt, nicht gekauft, nicht runtergeladen, kein gar nichts. Ich habe mir diesen Account gemacht, weil ihr anders an die Preise von Engine Owning nicht rankommt. Und es gab mal vor langer Zeit ein Video, da habe ich mal über so verschiedene Cheat-Hersteller gesprochen. Da gab es dann ein, zwei wirklich Lappen, muss man leider sagen, die meinten, du kannst doch nicht sowas promoten. Also, bei allerliebe Leute, jemand, der cheatet, ist mit Sicherheit dumm. Aber er ist so gerade in der Lage, bei Google einzugeben, COD-Cheats. Und da ist Engine Owning der erste Treffer, leider. Also, ich glaube nicht, dass ich damit Werbung für irgendwas mache. So, gucken wir also mal. Und wenn das irgendeiner trotzdem von euch denkt, schaltet einfach ab. Es gibt Cheats für alles Mögliche. Es gibt Engine Owning für MW2 Warzone 2. Es gibt Engine Owning Spoofer. Damit sollen Hardware-Bands umgangen werden. Für MW19. Im Prinzip, sucht euch ein Game aus, es gibt Cheats dafür. Und es ist ja nicht so, dass man einfach auf unfaire Art und Weise spielt. Sondern man zahlt dafür. Und wenn ihr euch das mal anguckt, wir gucken jetzt mal mehr Informationen. Was hat das Ganze? Und da gibt es hier so ein ganzes Feld, was ihr auf dem PC dann bekommt. Sollen Spieler angezeigt werden? Sollen Spielernamen angezeigt werden? Sollen die Waffen der Gegner angezeigt werden? Soll angezeigt werden, wo Items liegen? Welche Distanz sie haben? Man kann alles einstellen. Das ist absolut lächerlich. Und hier steht komplett, was man machen kann. Es ist also wirklich, als wenn man einfach das Game komplett nochmal neu stellt. Und so spielen die Leute. Mit dem Cheat. Das hier ist übrigens Warzone in der Online-Runde. Und so spielen die Leute. Sie sehen in den gelben Kästchen und roten Kästchen, wo die Gegner sind. Das Aim geht automatisch auf den Kopf. Das hier gibt es natürlich auf Shipment, weil warum auch nicht. Und das hier ist wahrscheinlich etwas, was ihr alle auf Shipment die letzten Wochen und Monate immer und immer wieder gesehen habt. Ein System, was für euch automatisch zielt. Und das Ganze gibt es auch mittlerweile als No-Headshot-Aim-Bot, weil sie damit denken, dass Leute einen nicht reporten. Was natürlich Quatsch ist. Die Leute reporten in COD sowieso alles. Es gibt ungefähr eine Milliarde Funktionen. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was das eigentlich kostet, Leute. Und das hier ist der absolute Burner. Ihr zahlt für einen Monat Engine Owning 30 Euro. Beziehungsweise einen Monat, 30 Tage, 20 Euro. Jeden Monat. Was bedeutet, ihr zahlt im Jahr dafür, dass ihr einen kleinen Wiener habt, 240 Euro dafür, dass man an seinem PC sitzt. Oder ja, an der Konsole geht es glaube ich nicht. Am PC sitzt und ein Programm für einen die Kills macht. Und meine Frage, und das ist so die erste Frage, die ich dabei immer habe, ist, was, 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 warum machen das Leute? Was, was bringt einem das? Weil, okay, du machst 100 Kills auf Shipment. Die mache ich auch. Ich cheate nicht. Ich habe einen Controller in der Hand. Ich brauche nicht cheaten. Aber ich weiß, ich habe die 100 Kills selber gemacht. Du, also nicht ihr, aber ihr wisst, wie ich meine. Die, die sich auch angesprochen fühlen. Du sitzt da und weißt, dass ein Programm für dich die Arbeit übernommen hat. Es ist ja nicht so, dass du zu dir selber sagen kannst, haha, was für eine geile Runde heute. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ihr merkt, Leute, ich bin da emotional, weil Cheater sind wirklich die abartigste Art und Weise von Spielern, die wir haben können. Und ich habe schon öfter mal das Argument gehört von Spielern, auch die, die gecheatet haben, die gesagt haben, ja, es cheaten sowieso alle. Warum soll ich es nicht tun? Und dieses Argument ist so dermaßen broken. Wenn ihr in der Stadt seid, wo Aufruhr ist und da sind drei Leute, die einen Laden ausräumen, dann lauft ihr doch nicht zur nächsten Bank und raubt auch die Bank aus und sagt, naja, das haben ja auch drei andere gemacht, dann kann ich es da auch machen. Dieses Argument ist so kaputt. Und ihr könnt sogar für 90 Tage das Ganze kaufen. 90 Tage kosten euch dann, da gibt es natürlich einen Rabatt, ganz toll, 34,95. Das heißt, ihr zahlt, wenn ihr es jetzt für ein Jahr COD macht, in dem Fall 140 Euro für 90 Tage. Und ihr könnt es sogar für jemand anderen kaufen. Ihr könnt es sogar jemandem schenken. Ich meine, wie krank ist das denn bitte? Dann gibt es hier noch so einen Guide für verschiedene Fehler, die auftauchen und, und, und. Und wenn man sich das hier mal anguckt, es gibt da andauernd Updates, es gibt da so viele Sachen, es gibt die Spoofer. Aber es ist out of my mind, wie es möglich ist, dass A, die Cheat-Hersteller so offensichtlich öffentlich ihre Sachen betreiben können, ohne dass irgendetwas dagegen passiert. Und das Anti-Cheat von COD, die zeigen ja alle drei Monate, was für coole Funktionen es jetzt neu gibt gegen Cheater. Es tut mir leid, Activision, das funktioniert nicht. Ihr zeigt, wie schön es aussehen kann, aber es findet einfach keine. Und hier, das ist auch das Geilste. Das heißt, wenn ihr ein fairer Spieler seid, der einen dieser ungerechtfertigten Shadow Buns bekommen hat, dann ist das Ergebnis davon, dass ihr zwei Wochen warten müsst und hoffen müsst, dass ihr danach nicht wieder Shadow Buns wird. Wenn ihr aber bei Engine Oding für 10 Euro im Monat euch diese Scheiße kauft, dann könnt ihr halt einen neuen Account machen, macht einen neuen Spoofer drauf und kriegt keinen neuen Shadow Buns mehr. Das heißt, wie kann es sein, dass große Cheat-Hersteller so einfach damit davon kommen, während andere, hauptsächlich dafür bezahlte Unternehmen, die COD entwickeln und alles andere, nicht in der Lage sind, dagegen vorzugehen. Und mir fällt keine Antwort mehr ein. Cheatet man für Geld? In Public und Ranked nicht, weil da geht es um kein Geld. Cheatet man für Ansehen? Jeder Trottel sieht sofort, ob man cheatet oder nicht. In der Killcam dauert das eine Sekunde. Das kann es auch nicht sein. In Tarkov cheatet man tatsächlich auch wegen Geld, denn dort kann man Real Money Trades machen. Also ihr habt In-Game-Items, die ihr an Spieler im Raid dann verkauft, die bei Ebay sozusagen verkauft werden. Bei Ebay für Tarkov zum Beispiel gibt es solche Sachen. Ihr könnt In-Game 10 Millionen Rubel kaufen, wofür man halt ein bisschen spielen muss, für 16 Euro. Und das gibt es unbegrenzt. Hier habe ich zumindest den Sinn dahinter im Kopf, dass jemand cheatet. Man verdient damit Geld. Das ist zwar eine absolut lächerliche Art und Weise, ist verboten und sonst was, aber es macht für mich zumindest Sinn. Aber einfach so zu cheaten, weil man zu dumm ist, selber ein Game zu lernen, ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Vielleicht könnt ihr mir das erklären in den Kommentaren, ich weiß es nicht. Aber Cheater generell in den Games müssen für mich Leute sein mit ganz, ganz, ganz vielen tiefen Problemen. Weil anders kann ich es mir einfach nicht mehr erklären und es wird nicht besser.